Eines Tages sagte er mir, meine Tochter, jetzt werde ich dir deine Tagesordnung geben. Schon einmal begann ich mit dir damit. Ich wollte noch mehr in dein Programm einschalten. Deshalb wartete ich damit. Komm, wenn du Zeit hast, wenn es dir zu viel ist, sage es. Du entscheidest. Ich bin einverstanden. Mir gefällt es, wenn du mir deinen Willen freiwillig gibst. Freitag. Versenke dich mit der ganzen Liebe deines Herzens in meine Liebe. In der Früh beim Erwachen denke daran, welche Pein nach den fürchterlichen nächtlichen Qualen auf mich gewartet hat. Betrachte auch während deiner Arbeit meinen Kreuzweg. Auf dem ich nicht einmal für einen Augenblick ausruhen konnte. Bis aufs Äußerste erschöpft hat man mich auf dem Berg Kalvaria getrieben. Vieles kannst du betrachten. Vieles kannst du betrachten. Deine Tochter, deine Opferbereitschaft vermehrt in euch die Fülle der Gnaden.